Warte, nochmal neu, nochmal neu, so jetzt. So, auch attraktive Sachen gibt es hier. Wie läuft es bisher? Aber es ist jetzt ganz gut, ne? Wir haben die Nummer 6 geschlagen und die Nummer 3 geschlagen, also nur Favoritenstürze. Respekt, das ist krass, ja. Wunder mich auch, weil noch kein Eintrag bei euch auf der Seite ist. Stimmt. Ich werde es gleich nochmal an den Commander Köpke weitergeben, dass er das auf jeden Fall verewigen muss. Ja, definitiv. Also die 6 und die 3, ich glaube, das gab es noch nicht. Die Summe 9 war das nicht, aber 10 Jahre alt. Dabei wünschen wir alles Gute und sagen vielen Dank. Gerne, Prost. Danke.